so und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf nv simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen lotus video ja jetzt ist ja ein neues update erschienen und wir haben uns mal so ein bisschen uns diese neue technik mal angeschaut die jetzt vorhanden ist und zwar das ganze mit den routen einstellen und sonstiges und wie man das ganze benutzt und ja das möchte ich euch heute hier alles in diesem video zeigen und deswegen würde ich sagen wir quatschen jetzt gar nicht so lange sondern wir wollen mal ein bisschen was in action sehen deswegen würde ich sagen wir springen wir hier in unsere straßenbahn rein starten das ganze mal pro forma so dass wir hier zumindest schon mal das gerät hier benutzen können und ja ihr müsst das ganze natürlich erstmal einstellen vorher damit das ganze halt dementsprechend funktioniert das macht ihr in den content manager da könnt ihr dann die ganzen routen jeweils hinzufügen verändern verschieben und sonstiges ich habe jetzt hier schon mal als testweise erstmal was kleines hier zusammen gebastelt und wie das ganze natürlich dann funktioniert zeige ich euch denn in diesem video hier natürlich auch noch als erstes müssen wir natürlich erstmal eine linie eingeben das ist jetzt in unserem fall die linie 62 malzdorf wänden schloss ich habe das ganze jetzt ein bisschen umgeändert deswegen haben wir jetzt hier eine verkürzte route dementsprechend jetzt tippen wir hier bei der route 01 jetzt einfach 01 ein er zeigt uns jetzt an malzdorf süd und von außen sehen wir das jetzt dementsprechend 62 nach malzdorf süd ja und auch im innen anzeige sehen wir hier malzdorf süd wenn wir jetzt aber ja jetzt kommt das coole nämlich an der ganzen sache das was ich jetzt gestern gar nicht noch so ausgefunden habe aber wenn natürlich die fis datei dementsprechend nicht angepasst ist funktioniert es dementsprechend halt auch nicht können wir jetzt sehen wir hier aktuelle haltestelle ist wäre jetzt hier gesener straße ja und wenn wir jetzt hier zum beispiel auf das haar drücken wechselt er weiter wongrowitzer steig ja das dementsprechend zeigt er jetzt hier drinnen im fahrgastraum auch wongrowitzer steig an ja also das funktioniert jetzt mittlerweile weiter unter den birken sehen wir jetzt hier unter den birken ja und außen ist natürlich alles wie immer 62 malzdorf süd hat sich bis dato also nichts verändert und wenn wir jetzt hier noch mal auf drücken auf das haar denn ist malzdorf süd normalerweise passiert das glaube meiner meinung nach automatisch ist jetzt aber weiß ich gar nicht ob das funktioniert müsste man auch wieder erst mal testen aber das ist auf jeden fall erst mal das was jetzt hier dementsprechend neu dazugekommen ist also wir müssen jetzt halt nichts mehr mit den zieldaten machen sondern wir können das ganze jetzt ganz gechillt hier mit den routen arbeiten dementsprechend funktioniert natürlich auch die gegenrichtung wenn wir jetzt hier einfach die route 02 machen haben wir stehen wir aktuell kürpene kürtelstraße und wir fahren also nicht stehen wir kürpene kürtelstraße sondern wir stehen malzdorf süd und fahren ins richtung kürpene kürtelstraße so rum und wenn wir jetzt hier wieder aufs haar drücken sehen wir dann hier wongrowitzer steig gesener straße esbahnhof kürpene kürtelstraße ja also das ist die sogenannte neue fiss datei die jetzt dementsprechend halt auch bearbeitet werden muss die man jetzt dementsprechend einstellen muss also jeder der natürlich eine eigene karte baut und eine eigene fiss datei besitzt bereits der muss sie jetzt erst mal komplett bearbeiten damit das dementsprechend halt auch funktioniert und wie das funktioniert das zeige ich euch jetzt und zwar wenn wir jetzt erst mal den simulator verlassen und wenn man jetzt hier rüber switchen auf meinem monitor der mal wieder schwarz zeigt entschuldigung wegen dem weihnachtsbild aber nur so fängt da sich irgendwie wieder so können wir das ganze jetzt hier erst mal so weit zu machen alles und starten hier dementsprechend den content manager so da kann man denn auch schon den content manager und das ganze findet ihr halt wie folgt und zwar hier unter zusatz karten content da habt ihr hier tarifsysteme fürs gruppen basis und fürs gruppen speziell da muss man sich auch wieder erstmal wie gucken was da wieder der unterschied ist uns reicht heute die fürs gruppe basis und dementsprechend so sieht es halt aus ja also das ist schon sehr interessant auf jeden fall wir haben nämlich dieses ganze was hier an der seite dazugekommen ist hier mit den routen ist alles neu so wenn wir jetzt hier unsere sag mal unsere linie auswählen ja also unsere fest die wir schon bereits bearbeitet haben seht ihr ich habe den routen soweit schon zugewiesen ja hier auf der rechten seite diese können wir natürlich dementsprechend halt auch einfach löschen also sollte eigentlich soll die markierte ja und er löscht sie aber nicht alles klar so speichern packen wir speichern packen das ganze mal nicht das weiß ich gleich wieder ein nächsten bug zum opfer fallen hier so und öffnen die einfach noch mal ja ja also macht er jetzt nicht also ich kann sie jetzt so komischerweise nicht löschen sehr mysteriös soll der markierte ja gut denn wenn wir einfach nur eine neue hinzufügen damit ich euch das zeigen kann löschen scheint hier noch nicht zu funktionieren auf jeden fall werden wir jetzt eine ich sag mal doch wir machen mal eine weitere route für die linie 62 ja das heißt also wir werden jetzt hier eine mit hinzufügen sehen wir jetzt da ist jetzt eine 0 und da steht halt nichts da drunter jetzt tippen wir jetzt hier zum beispiel die 0 62 ein wie wir es ja schon haben und können jetzt hier dementsprechend 3 machen natürlich könnt ihr das hier auch hier drunter machen indem ihr hier jetzt einfach meiner meinung nach hier die 3 einfach reinschreibt und dann sollte das eigentlich dann passen weil hier steht ja auch den folgenden routen und hast du alles nicht gesehen wir machen das aber um das jetzt erstmal verständlich zu zeigen jetzt erst mal komplett neu so jetzt habt ihr soweit das alles schon eingestellt also ihr habt jetzt die 0 62 0 3 ja bei der route 03 und die zielhaltestelle sage ich mal ist jetzt hier ich gucke mal ganz kurz durch was haben wir denn hier so schickes freiheit und erholungszentrum richtershorn fahrt endet hier oh come on hier köpenick freiheit kann man zunehmen so dann nehmen wir das aus und sagen jetzt hier zum beispiel das ist jetzt unsere zielhaltestelle also köpenick freiheit wäre jetzt hier unsere zielhaltestelle wenn wir jetzt von sag mal malzow süd jetzt kommen ja dann heißt es also wir müssen dem plan jetzt folgen also wenn wir jetzt malzow süd stehen wäre jetzt im nächsten fall unter dem birken wählen die haltestelle aus ihr seht ihr es auch einfach nur ein haar da gibt es habe ich jetzt kein zielcode drin oder sowas reicht mir erst mal unter dem birken drückt hier unten auf das plus rauf dann kommt wongruhe zerstreikt drückt auf das plus rauf geht wieder zurück drückt auf das plus rauf so jetzt haben wir erstbahnhof köpenick erstbahnhof köpenick drückt auf das plus rauf dann haben wir bahnhof straße sehenbinder drückt auf das plus rauf dann kommt die haben wir natürlich nicht drinnen kopieren wir uns das ganze mal und fügen jetzt mal eine neue haltestelle hinzu und zwar ist es die bahnhofstraße lindenstraße vielleicht habe ich das gerade auch nur übersehen normalerweise wundert mich das so und das ganze können wir jetzt hier einfach überall jetzt erstmal hinschreiben ich glaube das ist vielleicht zu viel sogar über 17 waren sowas ne aber sehenbinder passt ja auch das klang wird schon passen so und ja dann fügen wir das ganze dementsprechend hier auch einfach hinzu da sieht er jetzt lindenstraße und dann kommt der lubbe schon war das schon aus köpenick ich weiß es gar nicht wir können jetzt einfach machen wir jetzt einfach pro forma betriebsverband auf köpenick ich bin schon so lange nicht mehr wirklich straßmann gefahren in köpenick das ist schon eine ganze weile her mein gott wo haben wir es denn jetzt manchmal siehst du den wald vorläuter bäumen nicht hier können die freiheit so und wie denn das hier noch aus und haben wir den abstoß also von haben wir jetzt hier unsere 62 3 wer jetzt unter den birkenbogen wird der steig gesendere straße ist man auf köpenick sehenbinder lindenstraße köpenick freiheit das ist jetzt natürlich quatsch jetzt weil das ist die andere seite vorher kommt ja noch rathaus köpenick und und da hast du nicht gesehen wie gesagt soll jetzt ja auch nicht es ist ja erst mal nur dass ihr das seht wie das ganze funktioniert und somit seid ihr eigentlich schon fertig mit diesem programm speichert und packt das ganze speichern und packen das ist wichtig speichert das ganze und ja kommt natürlich noch mal kurz die meldung und wenn wir jetzt so sehen so wundervoll wir starten jetzt noch mal in den simulator rein damit ihr natürlich sehen könnte wie das ganze dementsprechend funktioniert deswegen hier rein ab in den lotos simulator und und den zeige ich euch das eigentlich relativ simpel ja aber eine relativ coole sache muss ich dazu sagen so ich werde mal das ganze kurz mal umschalten wundert euch jetzt nicht jetzt wird es ein bisschen schwarz immer so und da haben wir bild wir haben uns jetzt bereits in die karte diorama erstmal eine später keine rolle wo ihr diese ganzen sachen denn ausprobiert aber das ist nettes nettes future was dazu gekommen ist schade finde ich dass man nicht hat irgendwie so eine möglichkeit gefunden dass man da noch separat eine sound datei irgendwie einspielen kann somit wäre das eigentlich schon komplett gewesen dass man einfach auf das haar drückt und er schaltet um und sagt automatisch die ansage dementsprechend halt an ich glaube wäre machbar gewesen mal gucken vielleicht kommt das ja in der nächsten zeit ja sogar schon lassen wir uns da am besten überraschen ich muss aber ganz ehrlich sagen ich finde das super wer schon mal mit dem omsi routen erstellt hat der weiß wie anstrengend das sein kann wenn du da halt stundenlang in diesem komischen notepad editor da drin steckst in dem schreib editor wo du das halt alles manuell hinzufügen muss hier hast du das alles in einer schönen geordneten oberfläche die du das halt alles stück für stück halt eintragen kannst finde ich großartig hat lotus absolutes high net geschaffen was natürlich deutlich deutlich schneller vonstatten geht als wie wenn man das ganze handy jetzt irgendwie einschreiben muss also von daher daumen nach oben dafür also das geht auch halt wirklich schnell also ohne große einarbeitung oder sowas innerhalb von fünf minuten hast du verstanden das ganze system und dann ratterst du die ganzen routen darunter also das stelle ich mir nachher auch beim bus richtig super vor wenn du da halt deine ich sag mal so eine so eine metropole ruhe hast oder sowas da 20.000 linien oder sowas und das musst du das da alles händig da irgendwie einschreiben fände ich persönlich absolut nervtötend ja aber hier haben sie das halt geschafft dass in eine in eine schönen oberfläche alles zu verpacken und also wie gesagt großartig so wir wählen aus linie 62 00 und sagen jetzt so route 3 nein 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 route 03 und ihr seht ach köpernick freiheit wird sofort geschildert ja und wenn wir jetzt hier außen gehen denn seht ihr das hat dementsprechende 62 nach köpernick freiheit und dementsprechend funktionieren jetzt sie seht die nächste haltestelle wäre jetzt hier unter dem birken ja und dann wird das ganze hier natürlich auch noch nicht angezeigt da müssen wir wahrscheinlich erst mal zu starten oder so so von gewitter steig gesener straße s-bahnhof köpernick bahnhofstraße siebenbinder das hat er nicht mehr reingepasst das ist wahrscheinlich zu lang ja bahnstraße lindenstraße ja das ist zu lang also muss man gucken dass man das halt er wechselt sogar das automatisch das finde ich ja großartig guckt euch das an ja wundervoll also dann gibt es ja noch mal ein lob von mir wahnsinn anders finde ich klasse ja und dementsprechend haben wir jetzt hier noch köpernick freiheit und ja so erstellt ihr euch praktisch eine fiss datei hier in dem lotus simulator also recht einfach recht simpel ist es kein hexenwerk hier das könnt ihr selber machen jetzt für eure karten dementsprechend also ich finde das großartig wie gesagt dass das jetzt mit den routen hinzugefügt wurde also das ist halt wie gesagt eins der neuheiten die jetzt hier in dem lotus simulator neu dazu gefunden haben ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was haltet ihr von diesem neuen future which ist jetzt hier wie gesagt jetzt mit dem letzten update erschienen ist denn nutzt die kommentarfunktion und ja ich hoffe ich konnte euch auch wenn das video relativ kurz ist heute das zeigen wie das ganze funktioniert wie das ganze einstellen könnt und hoffe natürlich dass wir uns zu einem nächsten video hier auf diesem kanal hier wieder sehen damit verabschiede ich mich sage danke fürs zuschauen die lieben tschüss und natürlich wieder natürlich bis zum nächsten mal tschüss